Was geht ab? Hier ist mir euer Netro Gamer Lian am Start und in diesem Video zeige ich euch wo sich der Bonus-Stern der Woche 2 befindet. Um Gegeben zu bekommen müsst ihr auf jeden Fall die Woche 2 komplett abgeschlossen haben und dann werdet ihr diesen Ladenbildschirm hier bekommen. Im Hintergrund sieht man, dass es sich im Vulkan befindet und links neben dem Stuhl, da sieht man diesen Stern bzw. in dieser Woche ist es der Banner. Da links sieht man den Banner und genau dort befindet sich auch der Banner, da werde ich jetzt hinfliegen und euch das auch nochmal zeigen. Ich würde mich sehr über ein Like freuen und wer noch nicht abonniert hat, auf jeden Fall auf Abonnieren drücken und die wird auf jeden Fall auch die Glocke, denn dann verpasst ihr hier kein Video mehr. Ich werde euch hier über alle Challenges und so informieren, alle Aufgaben, alle Bonus-Stellen und so. Das wird alles auf diesem Kanal hier kommen. Dann werden wir direkt jetzt mal da hinfliegen. Es ist also von hier jetzt ein recht weiter Weg. Aber egal, Freunde, wir werden das schaffen. Okay, die Zone ist da oben, das ist wie gesagt einfach im Vulkan, man kann da oben auch reinfliegen und dann einfach nur straight nach unten und dann hat man das schon gesehen, ist da der Stuhl, genau der Eiskönig hat er auch genau diesen Stuhl. Dann ist das, da sind auch zwei Kisten meine ich, ich meine schon, dass da zwei Kisten sind und dann ist das einfach links daneben der Banner und wie gesagt, ihr müsst die Woche zwei abgeschlossen haben, erst dann könnt ihr diesen Banner bekommen. Das ist ganz, ganz wichtig, Freunde, das vergessen die meisten immer. So, ich würde sagen, wir sind jetzt hier schon komplett angekommen, oben reinfliegen, man kann auch von unten da durch diese Klassenfall etwas kompliziert, also das, wenn man einfach oben reinfliegt. So, ich zeige euch das jetzt einfach hier reinfliegen, so, dass man hier oben erstmal ausmacht nach oben geschutzt und dann, so, zack, muss man hier, straight nach unten, so, zack, und dann ist da auch schon, hier, von hier wurde das Foto ungefähr gemacht und der Banner müsste genau hier sein, ja, genau von der hier ist er. Und hier sind ja auch die Eier, die noch nicht geschlüpft sind, aber da werden wir auch noch näheres erfahren, hier ist der Eiskönigstuhl, nach diesem Stuhl hat der Eiskönig auch. Und, naja, wie gesagt, hier sind noch zwei Kisten, wie ich schon gesagt habe, und das war's mit dem Video, lasst ihr gerne ein Like, aktiviert die Glocke und würde ich sagen, bis zum nächsten Video, ciao.